karte wechseln herzlichen glückwunsch dass du da bist bist du noch da hallo hallo du klingst ein bisschen wie suld damals ja ehrlich jetzt hast du gerade wie suld angefühlt angehört jetzt immer sein name wieder eingefallen mit dem scharfschützengewehr was hat der denn da ein wischmob oder was ok ich habe so eine skelette rache bekommen mein gott sehr schön dolly ist hier ich bleibe mal bei dolly ach gott ich wollte ja eigentlich was ist denn das hier rief alles okay das ist momentan nicht so interessant ich würde mir gerne ich habe ja ich glaube ich würde lieber meine waffe habe ich das auch gemacht keine munition wieder mehr ich kann nicht schießen weil ich wieder keine munition habe als mit der muni verstehe ich irgendwie überhaupt nicht der die jetzt kommen wir haben hier noch am leben Okay. Zweimal schießt der. Da ist Max, da ist Dozi. Dozi, du musst nicht traurig sein. Tarsissio, hi. Ich will aber die Waffe hier nicht verbessern. Ich möchte eine andere Waffe verbessern. Doof jetzt. Jetzt habe ich nirgends mehr Munition hier. Ich muss mir mal den Ding angucken. Irgendeiner erklärt doch ganz bestimmt, wie das mit der Munition hier geht. Oder muss man dauernd einfach nur Waffen kaufen? Das kann ich mir nicht vorstellen. Kann ja auch sein. Jetzt habe ich keine Munition mehr. Überall ist genau dasselbe Kack wie vorhin. Jetzt muss ich mir eine Waffe kaufen. Ich weiß ja natürlich immer nicht, wo man die Waffen kauft. Ey, kann ja Zombies bauen, die freakig sind. Jetzt soll ich mal angucken. Aber schon, ne? Dazu hast du es ja gedacht. Du kannst Zombies, ähm... Es gibt Zombies, die dann für uns kämpfen. Ja, genau. Wenn ich ihn jedes Mal in Zombie töte, für eine kurze Zeit, dann... Äh, sie können die... Sind die auf einmal freundlich? Ja, wenn die grünen Balken kriegen, ne? Ja. Die Kiste ist oben. Ich guck mal, ich mach ne bessere Waffe. Das geht so nicht. Das geht so nicht. Tomate. Äh, nicht gut. Oh nein, 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 nein. Wo ist denn jetzt die scheiß Waffenkiste? Hier ist die Waffenkiste. Mann, gib mir die Pistole. Was, dude? Bin ich jetzt hier alle? Genau so. Jetzt bin ich schon wieder tot, ne? Ach, das kann ich mir hier nicht. Meine Armee kommt. Beide Waffenkiste oben. Ich komm, ich komm, ich komm, ich komm, ich komm. Ich fuß kann ohne. Ich will eigentlich nur ne Waffe kaufen. Wow. Nein, bitte mich kurz nicht töten. Zombie, danke. Sehr nett. So, jetzt so. Ich will mich ruhig töten, wenn du möchtest. Ich möchte eigentlich nur, nur ne Waffe kaufen. Jetzt haben wir wieder einen Freund, der sehr, äh, stark ist. Sehr, sehr stark. Ja, sehr schöne AK. Ich glaube, es geht wirklich nur übers Waffenkaufen. Da kannst du dir dann jedes Mal ne neue Munition kaufen. Ich glaube, das ist der Trick an der ganzen Sache. Jetzt muss ich mal gucken hier. Ich suche mir jetzt erst mal wieder hier einen Partner, irgendwo bei der anderen rumlaufen. Da unten ist ein Name. Da sind alle drei. Da ist Dulli, okay, cool. Ja, ich glaube, so geht es. Man muss sich dann einfach neue Waffen kaufen. Die wollen halt, dass du immer schön upgradest alles. Ah, die Bodenkriecher sind so geil. Ja, oh nein. Ich bin tot. Er bei mir? Ja, ja. Ich sag's ja nie, alleine bleiben. Ja, das war ein Fehler von mir. Aber egal, egal, egal. Weil mein Freund hat's alles hier gerettet. Mein Freund, Alter, voll. Haha. Okay. Ja, am besten immer zusammenbleiben, ne? Ich auch gemerkt, ne? Und nicht... Oh, jetzt gucken wir wieder einen ganzen Haufen davon hin. Das ist ja meistens so, da sind keine Gegner da. Ja, das ist böse, ne? Da ist Moni, ne? Da rum. Ich laufe mal in der Dulli her.